Musik Ich habe noch was geschenkt bekommen und zwar von der Sonja und zwar sind das hier wunderschöne Postkarten Alet im Buddha Thank you und ich weiß nicht ob man sieht es glitzert Siehst du das? Das ist bei dem Alet im Buddha ist das auch da glitzert der Bart aber ich habe mich am Tisch gestoßen Blitzer Blitzer Formel und dann habe ich noch diese stylische Mitzikazzi Ja die drei Postkarten habe ich geschenkt bekommen und sie werden auch gleich weiter verschickt, verschenkt, denn mir fällt spontan jemand ein wohin sie gehen werden Ja und ich hoffe die Personen freuen sich dann genauso darüber Drei wunderschöne Postkarten habe ich geschenkt Danke an Sonja Juli und ich danke dir dass du dir kurz diese zwei Minuten Zeit genommen hast für dieses Video und ich wünsche dir noch einen schönen Tag Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.